Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Wolf Fuss und Frank Buschmann sind auch heute wieder die Kommentatoren und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Spiel für Sie daheim an den Geräten übertragen dürfen. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht Menge Spannung. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Alfredo Morelos, schön dazwischen gegangen. Muss ein Wurf geben. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Da schießt er. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Pass wird abgefangen. Außen ist Platz. Und er schießt. So, Spannung drin. In dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Die beiden Schlagworte. 1-1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Alfredo Morelos. Sieht gefährlich aus. Stark erarbeitet. Claudio Caeserü. Sie holen sich hier den Ball. Jetzt der Vorstoß. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Zu nachlässig. Unnötiger Ballverlust. Kann er was draus machen. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Schauen wir nochmal drauf. Hier ist der Treffer. Die Ecke kommt rein. Tor. Er macht ihn mit dem Kopf. Aktueller Spielstand. Jetzt also 2-1. Ball wird abgefangen. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber, wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Caeserü. Was macht er draus? Und Tor. Alles wieder offen. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2-2. Jetzt ist es gefährlich. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Ja, könnte was werden. Sehr gutes Abspielen. Jetzt hat er... Das ist die Chance. Tor. Und damit führt sie hier. Hier ist was los. Hier ist was los. 3-2 der Pausenstand. Und da dürften alle im Stadion schon mal richtig zufrieden sein. Naja, vielleicht außer den Trainern. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Und jetzt geht's hier weiter. Es sah so aus, als kämen sie durch. Aber jetzt ist der Ball weg. Wird das seine Torchance? Gute Aktion. Da ist Platz. Jetzt die Flanke. Gute Aktion. Jetzt können sie kontern. Immer noch diese Szene. Nee, da waren sie einfach zu langsam. Da ist er alleine durch. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Neuer Spielstand. 4-2. 6 Treffer haben wir ja bereits gesehen. Ja, ganz energisch geht er dazwischen. Conor Golson. Das war Handspiel. Da stand der Schiri gut und sieht das richtig. Es wird Wechsel geben. Beide Trainer wollen was verändern. Bei einem Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste, aber sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torchancen und so müssen sich nicht wundern, dass sie hinten liegen. Super gelöst. Den Ball hat er. Da wäre Platz für den Konter. Guter Pass jetzt. Claudio Cesarü. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Er schießt. Klanschparade gehalten. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Der Ball kommt rein. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Alfredo Morelos. Klasse Pass. Kann er was draus machen. Und da klingelt es im Kasten. Sie müssen den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Jetzt ist Platz für den Konter. Macht er gut. Setzt sich da schön durch. Sauber vom Ball getrennt hier. Kesarü. Kesarü. Die Gelegenheit. Gibt Abstoß. Gibt Abstoß. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Guter Einsatz. Sie holen sich den Ball. Nur noch vier Minuten. Der Angriff könnte was werden. Dreierpack. Was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Und mit einem unglaublichen Spielstand von 6 zu 2 geht es hier weiter. Reguläre Spielzeit ist oben, aber es geht noch weiter. Gibt drei Minuten oben drauf. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Ecke kommt ins Zentrum. Da ist der Ball erstmal raus. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel ja so gewonnen. Sie haben das heute super gemacht. Sie waren perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi?